Genau, auf T-Lan. Ich habe es tatsächlich schon so ein bisschen gesehen. Alles kaufen als in Jungfatte, was Game Master will. What the fuck, Lan? Ich war schon so lange nicht mehr auf ihrem Kanal. Weißt du, wenn ich keine Videos mehr zu mir mache, dann ist es auch nichts mehr. Game Master heiratet mich heimlich in der Nacht. Blind Game Game Master schlechte, bewertete Restauranttesten-Prank. Game Master zwingt mich Penis-Pancake zu essen. Game Master geilt sich auf, während ich dusche. Digga, der hat dich doch schon 100 Mal gefickt. Flachlegen-Challenge gefickt und schwanger. Da wurde sie gefickt. Da hat sie sich gefickt. Da wurde sie gefickt. Da wurde sie gefickt. Da wurde sie als Jungfrau hypnotisiert, als ob der es nur nötig hat, sich einen darauf zu keulen, wenn du in der Dusche stehst. In Jungfatt und Transformation. Was? Wähle nicht den falschen Game Master Slime aus. Was steht da? Das kann ich nicht lesen. Blasen, lecken, schlucken, doggy, rubbeln. Wähle nicht das falsche Game Master. Kacke-Weiß-Urin-Sperma-Shampoo. Da wurde sie schon wieder gefickt. Da kauft sie gefickte Dinge. Und jetzt Game Master fickt los. What the fuck, Digga? Tilan! Ich hab deine Website für dich. Die kann ich dir gerne auf Instagram schicken. Ähm. Dann ist alles gut. Aber Tilan. What the fuck? Digga. Muss ganz, ganz dringend los. Was ist denn mit dir los? Game Master. Der zieht aber richtig rein da. Ich sehe heute ein bisschen anders aus. Also ich hab mich ein bisschen hübsch gemacht für euch. Weil heute ein besonderer Tag ist. Der Game Master spritzt in ihr Gesicht. Kapper. Und heute wird es auch ein besonderes Video geben. Denn heute... Oh mein Gott, wie viel mal hab ich schon heute wieder erholt? Egal. 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 Oh mein Gott. Dreimal egal. Viermal. Ich will doch schon wieder sagen. Aber egal. Auf das zu sagen dann. Okay. Wir machen heute die Pause Challenge. Kennt ihr schon die Challenge? Beziehungsweise die Pause Challenge. Also. Hm. Diese Challenge kann man ja nicht alleine machen. Und da bräuchte man ja eine zweite Person. Also mindestens eine zweite Person. Und ich habe heute eine Gästin hier. Eine Gästin hat sie dabei. Eine Gästin, Leute. Ich habe eine Gästin mit dabei. Nice. Aber ich frage mich so. Welche Person willst du bitte fragen? Die sagt. Boah. In einem Video von dir, Lan. Da will ich mitmachen. Was machst du denn für Videos? Ja. Ich werde in jedem Video von mir. Vom Game Master. Gefickt. Nice. Nice. Da mache ich auf jeden Fall ein Video mit. Das ist genau das, wofür ich mit meinem Gesicht stehen möchte. Eine besondere Gästin. Und zwar ist meine Zwillingsschwester hier. Und sie ist hinter der Kamera. Ja. Also. Ich erzähle euch erstmal über die Pause Challenge. Also bei der Pause Challenge nimmt man einfach eine Fernbedienung oder irgendwas. Und dann, wenn die Person gerade irgendwas macht. Zum Beispiel Haare waschen. Und ich habe die Fernbedienung und drücke auf Pause. Oder ich sage dann Pause. Und dann kann sie ihre Haare nicht mehr weiter waschen. Also wenn sie gerade dabei ist, ihre Haare zu waschen. Ja, ja. Habe ich schon verstanden. Wie meine Schwester aussieht. Beziehungsweise meine Zwillingsschwester. Zwillingsschwester. Und wer weiß. Vielleicht sieht sie so aus wie ich. Vielleicht auch nicht. Aber. Ja. Ich sollte sie mal hierher holen, oder? Okay. Definitiv, Lan. Das solltest du machen. Ich kann mir auch meine Schwester vorstellen. Ich bin richtig nervös, weil ihr habt noch nie meine Schwester. Dreh doch mal die Kamera, Lan. Und hol deine Schwester mit dir gemeinsam aufs Bild. Und nimm sie mal in den Arm. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Ich habe hier sehr viel Müll auf dem Boden. Danke dir, Ninto LP. Ich traue keinem Kommi. Von wem ist denn das? Soll sie hierher kommen, oder? Ja. Oh. Hey. Sister. Komm. Komm. Ja. Das ist meine Schwester. Sag hallo zu den Zuschauern. Keine guten Gründe. Hi. Ja. Seht ihr? Unsere Ähnlichkeiten sehen wir irgendwie gleich aus. Ist das irgendwie komisch? Willst du nicht sagen, wie du heißt? Oder soll ich das für dich machen? Ja. Wisst ihr, sie ist ein bisschen schüchtern. Ähm. Junge. Nein. 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 Digga, du hast einfach dieselbe Wand da. Ist es beides mal derselbe Kamerawinkel? Das wäre spannend zu wissen. Das wäre spannend. Aber du stehst auf jeden Fall vor derselben Wand. Hast hier in der Mitte noch so ein Ding, damit man nicht sieht, wahrscheinlich, wie du das ineinander überlappen lässt. Ist erbärmlich. Weil das halt das erste Mal ist, dass sie halt vor der Kamera ist. Also jetzt auf YouTube. Und ihr schaut uns ja zu. Und ich denke mal, ihr ist das bestimmt unangenehm. Findest du das nicht auch? Ja, nein, ja, nein. Oh, geil. Äh, egal. Egal. Ähm. Ich glaube, selbst ich würde das Authentische spielen. Hm. Ja, also. Und ich glaube, sie redet jetzt nicht so viel. Weil sie halt ein bisschen schüchtern ist. Okay. Aber das ist normal, weil ich war zu Beginn auch sehr, sehr schüchtern. Als ich mit YouTube angefangen habe. Ich war wirklich, ich war auch sehr, sehr schüchtern. Und ich habe die ganze Zeit mein Pokerface gezeigt. Und wirklich, ich war auch sehr, sehr schüchtern. Warte, ich mache mal ganz kurz Eye-Tracker an, damit ihr auch sehen könnt. Aber welche von den beiden. Ich achte. Ich habe die ganze Zeit mein Pokerface gezeigt. Und ich war immer sehr, sehr glücklich. Hey Leute, ich bin's wieder eure. Ne, warte. Wie war ich zu Beginn, wenn ihr euch das alte Video von mir angucken würdet? Oh. Da sehe ich einen Pickel. Und ihr seht ihn auch. Junge, 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 Lahn 2, Digga. Warum? Ich war ungefähr so. Hey Leute, ich bin's wieder, eure Lahn. Bist du doch noch immer. Okay, ich auch. Okay. Ne, ich muss mal gucken, ob das Ganze parallel läuft. So, also, das ist meine Zwillingsschwester und ihr Name ist, das ist wirklich kein Scherz, ne? Ihr Name ist Pan. Ja, unsere Namen reimen sich, weil wir sehen sowieso gleich aus. Zweigte Identität, Lahn. Das wäre da auf jeden Fall in den USA nachgeprüft, ob du eine Zwillingsschwester namens Pan hast, die da hingereist ist. Ne, aber jetzt mal no joke. Das hätte man schon besser schneiden können. Ja, ihr Name ist Pan. Willst du dich nochmal sagen, dass du Pan heißt? So, die hat zweimal dieselbe Buchse an. Sehr, sehr gut. Ja. Pan, also P-A-N. Und mein Name ist Lan. L-A-N. So wie das Kabel. Andere Namen werden sehr, sehr lang ausgesprochen, also das A wird natürlich, also das A wird betont. Pan, Lan, Lan. Ich hätte gerade richtig Bock, eine Katze oder einen Hund zu essen. Nein, Spaß. Junge, wenn ich das sehe, ne? Diese gefakte Kacke. Ich denke einfach immer an irgendwelche Tiere, wenn ich das sehe. Okay. Wir sollten jetzt anfangen, oder? Okay, Leute, ich muss euch was sagen. Und zwar... Weiß ich nicht, wo meine Fernbedienung ist, obwohl ich hier einen Fernseher habe, aber den benutze ich überhaupt nicht. Also... Den benutze ich überhaupt nicht. Also, ja. Jetzt wisst ihr, dass ich den überhaupt nicht benutze. Junge, 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 Lan. Lan, was ist denn los mit dir? Ernsthaft jetzt mal. Ich würde dir helfen, wenn was ist. Was ist mit dir? Ich finde die Fernbedienung nicht, also benutze ich... Was hat sie da mit ihrer Zunge gemacht? Ich finde die Fernbedienung nicht, also benutze ich... Meine Taschenrechner! Yeah! Okay, ähm... Ja. Wie wollen wir anfangen? Das Ding funktioniert ja gar nicht. Ich weiß nicht, wie wir anfangen sollen. Ja, ich auch nicht. Oder willst du? Willst du was machen? Ja, ich kann auch anfangen. Elias Perpruner! Du! Bist ein Ehrenmann! Du bist nämlich auf die Idee gekommen, dass sie das Ganze über den Kopfhörer anhört und damit versucht zu antworten, obwohl sie das irgendwie nicht so gut macht. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich es trotzdem richtig erbärmlich fand. Und wird man das normalerweise als durchschnittlicher Mensch hören, dann wird man da, glaube ich, nicht so kacke sein. Aber du hast wahrscheinlich recht. Ich rede gar nicht zu viel, oder? Darf ich? Warte, ich glaube, bei der Pass-Challenge darf man nicht reden, wenn man gepasst wird. Gestoppt wird. Egal. Als ob die zu arm ist, sich irgendwelche Earpods zu holen von Apple. Ich meine, die macht viele Videos, die macht gute Klicks, die wird auch vom Game Master gefickt, der kann auch mal was springen lassen. Da muss sowas schon drin sein. Ich meine, das Kabel ist natürlich schon auffällig. Ich glaube, ich denke mal, was wir machen können ist, ich werde Paaren ein paar Aufgaben stellen oder Aufgaben geben und sie soll dann irgendwas machen. Ich sage ihr zum Beispiel, sie soll hier rumhüpfen oder Handstand machen und kann sein, dass ich dann auf Pause drücke und sie kann sich dann nicht bewegen. Gute Idee, oder? Machen wir das so? Okay, ja, können wir so machen. Also nur... Ah, dieser Strich in der Mitte und dieses Verses, ne? Das fickt einfach den gesamten Flair des Videos. Ich werde sie, genau, nur ich werde sie dominieren heute und nicht sie. Ich werde sie dominieren, ich werde ihr die Aufgaben stellen und sie kann was machen, was sie will. Okay, Paaren? Ist das okay für dich? Okay, gut. Nein. Also, bleib da! Okay, das war jetzt Cheating, war ich gerade. Ja, wie sollte er eigentlich auf Pause? Äh, haha. Junge. Laaaaaaannn. Warum? So, hmm. Hey, Paaren, ich mag dein Outfit voll. Danke. Hm, warum? Danke. Hey, Paaren, ich mag dein Outfit voll. Danke. Schaut euch mal meine Paaren an. Sie ist jetzt eingefroren. Seht ihr, so funktioniert es euch mal. Danke. Danke. Schaut euch mal. Vor allem, sie sagt einfach erstmal nochmal Danke und ist eigentlich schon gefreezt. Und bewegt sich noch immer wie sonst was. Also, das ist unglaublich schlecht geschauspielert. Die weiß wahrscheinlich nicht mal selbst, was sie in dem Video gemacht hat. Ah, sie ist jetzt eingefroren. Seht ihr, so funktioniert das. Yay. Geil. Uh, voll geil, oder? Jetzt kannst du dich nicht bewegen. Uh, du hast aber schöne Haare. Wow, die sieht echt aus wie ich. Findet ihr das nicht auch? Okay, wir sollten sie wieder auf Play drücken, oder? Okay, bleibt dran, Leute. Die Audiospur hat richtig nachgehackt. Unangenehm. Warum steht da jetzt Pan Lan? Hat die da den Winkel der Kamera verkackt, oder wie? Unangenehm. Alter, man hätte das wirklich sehr, sehr gut schauspielern können, aber das ist echt miserabel. Okay, Pan. Ich gucke gleich in die Kommentare. Und zwar sollst du für mich twerk'n. Ja, genau. Du kannst für mich twerk'n. Und weil, ihr habt mich ja schon twerk'n gesehen, aber ihr habt nicht gesehen, wie meine Schwester twerk't. Ich denke mal, sie kann das besser als ich. Okay, ich bin mir nicht so sicher, ob ihr das kann. Deine Schwester bist du selbst. Du kannst du ziemlich sicher sein, dass sie das kann. Aber ich hoffe mal, sie kann das besser als ich. Es sagt, sie kann das nicht. Okay. Okay. Was sind's da? Oh, ja. Hier, könnt ihr sie sehen? Oh, wow. Sie macht das auf jeden Fall besser als ich, oder? Was denkt ihr? Prostitution für 38.000 Klicks muss los. Ja, genau so ungefähr. Und jetzt kannst du weiter twerk'n. Oh, hier haben wir einen schönen Hintern von meiner Schwester. Oh, wow. Sieht richtig schön aus. Vielleicht packen wir noch einen Filter drauf. Und dann haben wir einen schönen Hintern, oder? Ach, keine Ahnung. Vielleicht packen wir einen Filter drauf. Ich sollte auch twerk'n. Soll ich wieder den Zwang machen? Twerk, 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 twerk. Twerk, 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 twerk. Oh, nee. Work, 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 work. Hier. Und jetzt könnt ihr auch noch von dir sehen. Uh. Okay. Naan. Falsche Plattform. Falsche Plattform, Naan. Danke dir, Flying Saucer. Genau. Das war THC. Das glaube ich mittlerweile aber auch bei denen. Okay. Musst du für mich singen. Und zwar reicht es schon aus, wenn du nur La 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 singst. Okay? Okay. Oh, wow. Machst du echt super. Du kannst wirklich gut singen. Besser als ich. Junge Lan. Lan, sie ist du. Ein perfektes Gesicht von ihr, wo der Mund offen ist. Natürlich für den Game Master, damit er sagen kann, boah. Da kann ich mal rein. Alter. Lan, was ist das dir geworden? Digga, du warst mal Momo. Und jetzt bist du einfach nur noch die Gefickte vom Game Master. Oh ja, da gehst du rein vom Game Master. Wo bin ich hier gelandet? Oh ja, ihr Gesicht sieht perfekt aus. Sollen wir aufhören, Pan? Ich glaube, das reicht erstmal, oder? Wir brauchen doch nur eine Einführung für die Zuschauer. Eine Einführung für den Dick vom Game Master. Bitte helfen Sie mir. Wie die Challenge geht. Ich ja lieber auch. Und ja, du kannst jetzt wieder gehen, wenn du willst. Weil ich brauche jetzt mein Outro. Ich brauche noch mein Schlussteil. Und du kannst jetzt Tschüss zu den Zuschauern sagen. Und wenn die mehr von dir sehen wollen, dann können die gerne unter dem Video schreiben. Also ihr könnt gerne... Was ein Cut. Die mehr von dir sehen wollen, dann können... Ja, da wollte man natürlich die zweite Szene nicht nochmal nachdrehen. Weil das wäre zu offensichtlich. Alter, was ein Cut. Vor allem, wenn die mehr von dir sehen wollen, Digga. Was will ich denn noch mehr von dir sehen? Soll die direkt ihre Buchse ausziehen, oder was? Können die gerne unter dem Video schreiben. Also ihr könnt gerne unter dem Video schreiben, wenn ihr mehr von ihr sehen wollt. Oder wenn ihr mehr von solchen Challenges sehen wollt. Weil heute war einfach nur eine Einführung von meiner Schwester. Und ja. Eine Einführung von meiner Schwester, versteht ihr? Okay, bye. Bye. Husch, husch, husch. Okay, Leute. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, man sieht sich dann beim nächsten Mal. Das Video hat mir nicht gefallen, liebe Lahn. Das fand ich nicht geil. Oh, die zukünftige Ehefrau, der will auch rein da.